Moin und herzlich Willkommen zu Searchcamp, dem Online-Marketing-Podcast mit wichtigen Insights rund um SEO, SEA und Co. Mein Name ist Markus Hövener und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß. Moin, da seid ihr ja wieder bei Searchcamp. Heute Episode 252 zum Thema HR SEO. Also nichts anderes als die gezielte Suche von Personal über Suchmaschinen. Und ja, das ist ein Thema, was von vielen Unternehmen sehr vernachlässigt wird, was ungeschickt ist, weil viele Menschen suchen ihren nächsten Job online. Und das beides zusammenzubringen, macht natürlich vollkommen Sinn. Und deswegen, es ist ein Thema, wo ich mir seit Jahren bei vielen Unternehmen den Mund fusselig rede. Es wird zwar immer viel geredet über Fachkräftemangel und wir finden so ganz schwer Leute. Aber in SEO investieren will dann irgendwie auch kaum jemand. Also das finde ich immer ein bisschen komisch, ein bisschen seltsam. Deswegen habe ich mir heute nochmal vorgenommen, ich sensibilisiere nochmal für das Thema, zeige euch ein bisschen die Klaviatur, die ihr zur Verfügung habt, wenn ihr HR SEO machen wollt auf eurer eigenen Website. Grundsätzlich sehe ich immer zwei getrennte Baustellen. Thema Nummer eins, da geht es um Stellenanzeigen. Das heißt, kurzlebige Seiten. Man sucht vielleicht einen Baggerfahrer und hat man gefunden, dann nimmt man die Stellenanzeige wieder runter. Löscht die Stellenanzeige. Das ist das eine Thema. Also ich habe einen konkreten Bedarf, eine ganz bestimmte Person wird gesucht und dafür mache ich eine Stellenanzeige und danach wird sie wieder gelöscht. Und das zweite Thema sind eben längerfristige Seiten. Ich fange aber mit dem ersten Thema an. Stellenanzeigen. Da hat sich ja was getan vor einigen Jahren. Und zwar gibt es Google Jobs, also eine Google Job Suche. Und ich kann meine Stellenanzeigen so aufbereiten, dass sie dort erscheinen. Und das ist gut, denn wenn jemand zum Beispiel nach Stellenangebote Münster sucht, wird er eine sehr prominente Darstellung sehen von Google Jobs. Also sehr prominent über dem ersten organischen Suchergebnis. Und da ist schon wertvoll, wenn man dann da auch zu finden ist. Und man kann natürlich auch sagen, wer da selber nicht drauf optimiert oder hier nichts machen möchte, das muss nicht schlimm sein, weil auch die ganzen Plattformen wie Stepstone, Stellenanzeigen.de, Xing und Konsorten, die spielen da eben auch mit rein. Die heißt dann Bewerbung auf. Und dann ist da halt zum Beispiel Bewerbung auf Stepstone oder sonst wie. Also die werden sowieso zusammengefasst. Das heißt nochmal selber, wenn du nichts machst, du kannst auch die anderen Portale dafür nutzen. Und trotzdem würde ich immer sagen, bitte darauf optimieren. Was braucht man? Punkt 1. Man braucht einzelne indexierbare HTML-Seiten pro Stellenanzeige. Manchmal sehe ich dann auch, es gibt keine HTML-Seiten, es gibt nur PDFe oder auch nur ein Bild. Also wo man quasi die Stellenanzeige in der Zeitung veröffentlicht hat und das hat man dann irgendwie, also hoffentlich digital irgendwie umgewandelt oder noch schlimmer einfach nur abfotografiert. Damit kann eine Suchmaschine nichts anfangen, sondern es muss wirklich eine HTML-Seite geben und die muss auch noch indexierbar sein. Das heißt nicht per Robots.txt gesperrt, nicht per No-Index gesperrt. Und da muss ich dann Markup draufpacken, nämlich das Job-Posting-Markup. Und da gibt es, wie bei allen Markups, gibt es Attribute, die rein müssen und dann gibt es optionale Attribute, die rein dürfen. Verpflichtend ist vor allem erstmal der Title, also der Job-Titel, die Description, die Beschreibung. Dann gibt es noch Date Posted, also wann wurde das veröffentlicht, an welchem Tag. Und dann gibt es noch zwei Felder, nämlich einmal Hiring Organization, also wer seid ihr als Unternehmen und die Job Location. Also wo findet dann dieses Arbeitsverhältnis später eigentlich statt? Auch da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, zum Beispiel Heimarbeitsverhältnisse natürlich auch abzubilden. Also die Sachen müssen rein und dann gibt es noch optionale Attribute, die könnt ihr reinmachen. Vor allem Base Salary, also quasi das Brutto-Basis-Gehalt, macht man in Deutschland typischerweise nicht. Das heißt, wenn ihr eine Möglichkeit habt, dass man sich direkt bewerben kann, dann könnt ihr da eine URL hinterlegen, damit Nutzer dann dahin geführt werden. Oder es gibt zum Beispiel den Employment-Type, also ist das Vollzeit oder Teilzeit. Das könnt ihr da alles eintragen. Und dann ist die Frage, okay, jetzt habt ihr so ein Stellenangebot veröffentlicht, dann wäre es doch gut, wenn Google das möglichst schnell in die Hände kriegt. Und da gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist die sogenannte Indexing API, also es gibt eine Programmierschnittstelle von Google. Da kann ich Google eben sagen, hier, also in der gleichen Sekunde, wo das Ding veröffentlicht wurde, rufst du diese API auf und benachrichtigst Google auf diesem Wege, dass das Ding veröffentlicht wurde. Funktioniert übrigens auch nur für Stellenangebote, ja und noch ein Spezialfall, aber hauptsächlich für Stellenangebote, bitte nicht für was anderes missbrauchen. Zweite Möglichkeit ist, ihr habt XML-Sitemaps mit Lastmod. Was heißt das? XML-Sitemaps heißt, kennt ihr alle, das sind einfach Listen von den URLs eurer Website. Und Lastmod heißt, in dieser Liste ist auch hinterlegt, wann die Datei verändert wurde. Und wenn Google sich diese Datei eben runterlädt und sich dann die Lastmod anguckt, dann wissen sie eigentlich relativ schnell, was jetzt gerade gecrawlt werden muss und was gerade kein Crawling braucht. So, Möglichkeit Nummer drei ist einfach die Funktion URL-Prüfung in der Search Console zu benutzen. Funktioniert aber nicht so wahnsinnig gut, weil die kann durchaus Zeit brauchen, bis sie dann vorbeikommt und das Ganze indexiert. Oder man betet halt einfach, geht natürlich auch. Reporting kriegt ihr übrigens über die Google Search Console, wie gewohnt im Report Leistung. Da seht ihr dann quasi, oder könnt ihr sehen, wie oft eure Stellenanzeige gesehen wurde, wie oft sie angeklickt wurde. Also schöne Sache, kann man durchaus nutzen. Ja, soviel eigentlich zu den Stellenanzeigen. Und nochmal, wenn ihr das Ganze nicht macht, dann könnt ihr natürlich auch die üblichen Verdächtigen dafür benutzen, um in diese Google Jobs Datenbank reinzuhuschen. Gleichwohl, ich persönlich, wenn ich viele Stellen hätte, würde ich mich selber darum kümmern. Das war der erste große Teil. Jetzt gibt es den zweiten Teil, nämlich kurzlebige Seiten. Also so Stellenangebote sind für SEO eigentlich blöd, weil Seiten, die nur kurz existieren, performen in SEO immer nicht so schlecht. Gibt es einfach keine guten Signale erstmal für. Bei Google Jobs ist das egal, weil Google Jobs anders funktioniert. Aber grundsätzlich kurzlebige Seiten sind nicht gut. So, also was brauchen wir? Wir brauchen langlebige Seiten. Statische Seiten, die über Jahre existieren. Und auch voll monothematische Seiten. Und zwar für alle, ich sage mal, Themen, Personalthemen, die ihr laufend braucht. Angenommen, ihr habt immer einen Ausbildungsplatz als Industriemechaniker in offen. Dann wäre es gut, wenn ihr dafür genau eine Seite hättet. Ihr sucht immer Werkstudentinnen? Jo, dann braucht ihr dafür auch eine Seite. Ihr habt immer Praktika anzubieten? Super, dann macht auch eine Seite dafür. Also statische, monothematische Seiten. Und die gerne auch lokal ausgerichtet. Das heißt, jeweils eine Angabe von Stadt. Manchmal Region oder so etwas. Je nachdem, wo ihr gerade so seid. Und vor allem dies monothematisch ist wichtig. Das heißt, ihr baut nicht eine lange Seite auf. Da steht dann drauf, oh, wir haben Ausbildungsplätze für die Berufe A, B, C, D, E, F. Und dann viel Blabla. Sondern für A macht ihr eine separate Seite für B, für C. Und ihr ahnt es schon, bis F macht ihr die Seiten dann natürlich auch noch. Ansonsten macht ihr natürlich sowieso die typische Optimierung. Also auch da Seitentitel, Metadescription, die absoluten Standards sollte man hier natürlich optimal nutzen. Damit diese Seiten in den Suchergebnissen auch gut aussehen. Denn man darf nie vergessen, bei solchen Suchanfragen, für die man dann gefunden werden möchte, wie Ausbildungsplatz, Industriemechaniker, Münster. Da spielen die ganzen Portale ja auch mit. Ihr habt da durchaus eine Chance dafür gefunden zu werden, gar keine Frage. Aber ein leichtes Spiel wird es nicht unbedingt. Und deswegen sollte die Website oder euer Suchergebnis natürlich auch optimal aussehen. Und gerade wenn ihr irgendwie ein Verkaufsargument, hätte ich fast gesagt, also so ein gutes Argument habt, warum ihr der bessere Arbeitgeber seid, dann sollte das so stehen. Dann sollte das da stehen. Wenn jeder Azubi bei euch einen Porsche kriegt, schreibt es rein. Es geht ja immer darum, einen Unterschied zu machen und den Leuten zu erklären, warum soll ich bei dir draufklicken? Und ja, das solltest du da reinschreiben. Zwei Hinweise. Hinweis 1, solche Karriereinhalte, solche HR-Inhalte, die sind auch immer gut für den Linkaufbau. Also nutzt gerne das Potenzial aus zwei Gründen. Erstmal, weil Links hat man eigentlich nie zu viele. Und über solche Links können natürlich auch reale Besucher kommen. Und Besucher sind eben potenzielle BewerberInnen. Also, das heißt, wenn du Ausbildungsplätze anzubieten hast, dann gibt es die ganzen Azubi-Portale und da solltest du ein Profil haben. Und wenn du ein Profil hast, bitte sorg auch dafür, dass da ein Link drin ist. Oder es gibt oft so regionale oder lokale Initiativen oder Brancheninitiativen. Und guck da nach, was gibt es da alles. Dafür bietet sich die Google-Suche einfach an. Lass dich dort listen. Manchmal kostet es was, manchmal nicht. Und ja, dann hast du zwei Sachen getan. Nämlich einen Backlink aufgebaut für Suchmaschinen. Und das Zweite natürlich, du hast einen Backlink aufgebaut, damit BewerberInnen zu deiner Website finden. Und vielleicht noch der zweite Tipp. Bitte nutze keine separate Domain für deine HR-Inhalte. Also, ich habe mir das mal angeguckt. Muss man gerade aufaddieren. Ich habe 275 Karriere-Sektionen mir angeguckt. Wo liegen die eigentlich so? Und da gibt es durchaus Fälle, wo das Ganze auf einer ganz anderen Domain liegt. Also, zum Beispiel schwedenhorn.de, also Unternehmen. Und die HR-Inhalte liegen dann auf Arbeiten bei schwedenhorn.de. Ganz andere Domain. SEO-Technisch ist das immer schwierig. Oder Volkswagen hat volkswagenkarriere.de. Die haben interessanterweise auch karriere.volkswagen.de. So wie es dann manchmal bei so Konzernen eigentlich ist, dass man vielleicht auch Doppelstrukturen hat. Aber grundsätzlich bitte nutze nicht, wenn du es irgendwie vermeiden kannst, eine separate Domain. Sondern leg es in einen Ordner, also meinewebsite.de slash karriere auf eine Subdomain. Karriere.meinewebsite.de. Bitte nicht eine getrennte Domain davon. Ich habe mal nachgeguckt, welche dieser Methoden verbreitet ist. Methode Nummer 1 mit 71%. Es werden Pfade genutzt. Also, slash Karriere. Das zweithäufigste ist leider wirklich eine getrennte Domain mit 22%. Nicht zu empfehlen. Subdomain mit 7%. Ist eher so ein Schattendasein. Haben einige auch gemacht. Keine Frage. Ist immerhin die zweitbeste Lösung. Also, Fahrt bitte nutzen. Keine getrennte Domain. Ansonsten, wenn es nicht anders geht, bitte nehmt eine Subdomain. Damit einfach noch möglichst viel SEO-Power auf eurer Domain gebündelt wird. Und das war es auch schon für heute. Relativ kurze Folge. Ich finde das übrigens immer total spannend, wenn ich bei Unternehmen bin und wir machen so eine SEO-Analyse. Und dann kommt, ich weiß eigentlich immer darauf hin, dass im Bereich HR es eben auch Defizite gibt. Und in der Regel höre ich dann zurück, ach so, das ist nicht interessant, das macht bei uns HR. Und dann denke ich mir so, was ist eigentlich los mit diesen HR-Leuten? Sind die irgendwie ausgesperrt im Unternehmen oder redet man nicht mit denen? Finde ich seltsam. Also, es gibt manche, die das dann aufgreifen. Aber Website und HR sind sehr oft getrennte Themen. Und das sehe ich in der Praxis einfach regelmäßig. Und das finde ich sehr schade. Also, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen sensibilisiert habe für das Thema HR-SEO. Und hoffe, dass ihr da ein bisschen mit rumspielt. Guckt euch gerne auch mal die Search-Konsole an, die Indexing-API, das Markup. Spielt da mal gerne mit rum. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen. Und ja, dass ihr gut durch den Herbst kommt und den Jahresendsport jetzt noch richtig gut durchstartet. Vielleicht auch mit einem HR-Thema, kann ja sein. Also, das soll es gewesen sein von mir. Nächste Woche gibt es wieder was Neues. Dann sehen wir was dann. Bis später. Ciao.